Mein Name ist Andreas Donner, ich bin Stationsleitung hier am Klinikum Darmstadt und Opernsänger am Staatstheater. Als Stationsleiter ist es wichtig, in unterschiedlichen Situationen angemessen zu reagieren. Ein Team setzt sich aus vielfältigen Menschen zusammen. Den richtigen Ton zu treffen, ist dabei sehr hilfreich. So kann ich mein Team jeden Tag aufs Neue motivieren. Untertitelung des ZDF, 2020